Liebe Freunde der BEG, wir danken Ihnen, dass Sie uns trotz der außergewöhnlichen Umstände die Treue halten und heute schon wieder mit dabei sind. Aber die Zeit arbeitet für uns und wir wollen dann ab Oktober endlich aus den neuen Räumen senden und Sie werden dann informiert werden aus dem Headquarter der BEG in Mellendorf. Bis dahin feiern wir unsere Live-Gottesdienste immer am Sonntagabend 17.30 Uhr in einer gastfreien Gemeinde, die uns Asyl gewährt. Und auch dort können Sie dabei sein, immerhin über einen Audio-Livestream und den Zugang gibt's wie immer über die Homepage. Hier und jetzt folgt noch einmal ein Kapitel über Hiob. Hiob, der die Spannung einfach nicht mehr aushält und die Ungewissheit. Wir können ja viel ertragen, solange es noch ein Fünkchenlicht am Ende des Tunnels gibt. Aber wenn man gar nichts mehr erkennen kann? Hören Sie dazu eine Predigt vom 7. November 2021 und sie gründet auf den Bibeltext aus Hiob 3, aus dem ich jetzt einige Verse lese. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob sprach, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Jener Tag soll finster sein, und Gott droben, frage nicht nach ihm, kein Glanz soll über ihm scheinen. Denn Finsternis und Dunkel sollen ihn überwältigen und düstere Wolken über ihm bleiben. Und Verfinsterung am Tage mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das Dunkel nehme sie hinweg. Sie soll nicht unter den Tagen des Jahres sich erfreuen, noch in die Zahl der Monde kommen. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar und kein Jauchzen darin. Warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen und das Leben den betrübten Herzen, die doch auf den Tod warten, und er kommt nicht, die nach ihm suchen, mehr als nach Schätzen, die sich sehr freuten und fröhlich wehren, wenn sie ein Grab bekämen, dem Mann, dessen Weg verborgen ist, dem Gott den Pfad ringsum verzäunt hat. Denn wenn ich essen soll, muss ich seufzen, und mein Schreien fährt heraus wie Wasser. Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen, und wovor mir graute, hat mich getroffen. Ich hatte keinen Frieden, keine Rast, keine Ruhe, da kam schon wieder ein Ungemach. Wir wollen noch einmal zusammen beten. Herr, zeig uns dein königliches Walden, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, ein persischer Arzt namens Avicenna machte bereits um 1000 nach Christus ein spannendes und zugleich einfaches Experiment. Er sperrte zwei Lämmer in getrennte Käfige ein. Alter, Gewicht und Gesundheitszustand der beiden Tiere glichen einander bis aufs Haar. Und dann ließ Avicenna einen dritten Käfig aufstellen, der fortan von einem Wolf bewohnt wurde. Nur eines der beiden Schafe konnte den Wolf beständig sehen. Das andere Schaf war durch eine Hecke vor diesem bedrohlichen Anblick geschützt. Und was meinen Sie, was geschah? Das Lamm hinter der Hecke verzeichnete eine regelmäßige Gewichtszunahme, entwickelte sich ganz normal und ungestört. Das Lamm aber mit Blickkontakt auf den Wolf wurde zunehmend unruhiger. Es nahm immer weniger Nahrung zu sich. Es verendete schließlich nach etwa einem halben Jahr. Der Wolf selbst tat auch diesem Lamm kein Leid an. Er konnte es ja nicht einmal berühren. Allein sein Anblick löste eine solche Angst aus, mit der das Lamm sich schließlich selbst zerstörte. Worauf schauen wir? Auch in unserem Umfeld gibt es ja genügend Wölfe, die uns einschüchtern wollen. Als Jesus seine Jünger mit dem Evangelium losschickte, da sagt er, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Matthäus 10, Vers 16. Worauf starren wir? Was darf unsere Blicke fesseln? Was bannt unsere Gedanken, unsere Vorstellungen? Was sind die bedrohlichen Wölfe, an denen sich unser Auge festkrallt, die uns runterziehen, die uns entmutigen, die uns Angst machen, ja vielleicht sogar in Panik versetzen? Sind das persönliche Nöte, Fragen um die berufliche Existenz, um die Familie, wie wird es dort weitergehen? Vielleicht manche schwierige Gespräche, die wir auch miteinander geführt haben, die uns nachhängen. Eine Krankheit? Sind das die Wölfe, auf die wir starren? Oder die politischen Umstände, die nächste Schreckensmeldung im Internet? Wer nicht bereit ist, etwa dem Staat einen Eingriff in seine körperliche Unversehrtheit zu erlauben, mit einer genetischen Maßnahme, deren Ausgang heute noch überhaupt niemand übersehen kann? Wer das nicht mit sich machen lässt, der wird öffentlich verfemt, diffamiert, mit wirtschaftlichen Nachteilen bedroht, Stichwort Lohnfortzahlung. Und wir werden als gesamte Gesellschaft mit ständigen künstlichen Schreckensmeldungen in Unruhe gehalten. Und nicht einmal die Erkenntnis, dass auch Kinder im unmittelbaren Zusammenhang mit dieser Impfung, sagen wir mal, sterben können, wie der Tod des Zwölfjährigen in Cuxhaven jetzt auch dem Letzten gezeigt haben sollte. Und selbst offizielle Stellen bestreiten nicht diesen unmittelbaren Zusammenhang mit der Impfung. Selbst das scheint die Impfaktivisten nicht zum Innehalten zu bewegen, eher im Gegenteil. Und uns sind noch die Worte im Ohr, die der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes Frank Montgomery vor einigen Wochen sagte, quasi die Forderung einer Apartheid, auch wenn er das Wort vermied, wenn er nämlich den bundesweiten Ausschluss von Ungeimpften konsequent aus dem öffentlichen Leben forderte und die Durchsetzung der 2G-Regel möglichst im öffentlichen Raum. Und das alles bedroht und bedrückt uns, es steht uns vor Augen, das sind die Wölfe. Und nun frage ich nur noch mal, was war der erste Anblick, sagen wir mal, äußerlich oder innerlich, der sie heute Morgen angezogen hat, nachdem sie aufgestanden sind? Und mit welchem Kopfkino sind sie gestern Nacht eingeschlafen? Worauf blickt Hiob? Das müssen wir verstehen, wenn wir diese besonderen Verse verstehen wollen in Hiob 3. Es hat sich ganz viel verändert bei ihm innerhalb kürzester Zeit. Erinnern wir uns noch an die ersten beiden Kapitel, als Hiob das Leid traf, als ihn dieser Nackenschlag hammerhart traf. Und er sagte in Kapitel 1, Vers 21, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann ein Kapitel weiter. Es ging weiter mit den Schlägen. Seine eigene Frau stellt sich gegen ihn. Und was sagt Hiob in Kapitel 2, Vers 10? Haben wir das Gute von Gott empfangen? Sollten wir da nicht das Böse auch annehmen aus seiner Hand? Und der Text fügt hinzu, in diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. In allem Schmerz konnte nichts seine Gewissheit erschüttern, dass Gott dennoch da ist. Für ihn da ist. Und Hiob hat diese Überzeugung geteilt, wie sie etwa Paul Gerhardt in einem Lied über Psalm 145 besingt, wo er in einer Strophe sagt, nein, Gott vergisst die Seinen nicht. Er ist uns viel zu treue. Sein Herz ist stets dahin gericht, dass er uns zuletzt erfreue, dass es gut ausgeht. Geht's gleich bisweilen etwas schlecht, ist er doch heilig und gerecht in allen seinen Wegen. Paul Gerhardt, der nun wahrlich massenhaft Leid erlebt hat. Und das war bis zum Ende von Kapitel 2 auch die Überzeugung und die Gewissheit von Hiob. Und dann kommt dieser Umbruch von Kapitel 2 zu Kapitel 3. Dazwischen liegt nicht viel mehr als eine Woche. Das denkt man nicht, wenn man diesen krassen Gegensatz sieht. Am Ende von Kapitel 2 wird ja noch berichtet, dass ihn dann seine Freunde in seinem Leid besuchen. Und dann, 2,11, als aber die drei Freunde, die Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie an jeder aus seinem Ort, dann werden die Namen genannt. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und an jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel, also als Zeichen ihrer Trauer und ihres Entsetzens, auf ihr Haupt. Und sie saßen mit ihm auf der Erde, sieben Tage und sieben Nächte und redend nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz groß war. Sie sitzen da geduldig mit ihm, bei ihm in seiner Not, sieben Tage lang. Das ist ein treuer, liebevoller Freundschaftsdienst. Und nachdem sie so sieben Tage dort miteinander ausgeharrt haben, diese vier Männer, auf dieser, ja, quasi Müllkippe vor der Stadt, da bricht es plötzlich aus Hiob heraus. Und wir haben plötzlich den Eindruck, dass eine völlig andere Person vor uns steht, als noch in den Kapiteln 1 und 2. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und sprachlich kann man das im Hebräischen noch deutlicher machen, diesen Umbruch, weil ab Kapitel 3 plötzlich die Gattung sich ändert. Bis dahin war es Prosa. Da wurde also berichtet. Und von jetzt an ist es von der Form her im Hebräischen Poesie. Also das Geschehen ist so dramatisch, dass es fast nur noch mit dichterischen, metaphorischen Kategorien im Hebräischen beschrieben werden kann. Das müssen Sie mal mitdenken. Das ist im Hebräischen, also keine Sorge, ich werde jetzt nicht dichten, aber das ist im Hebräischen, ist das Poesie. Und ich versuche jetzt noch mal zu lesen. Und ich lese den Text nach der Übersetzung von Luther, die Version 1984. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob sprach, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Jeder Tag soll finster sein. Und Gott droben, frage nicht nach ihm. Kein Glanz soll über ihm scheinen. Finsternis und Dunkel sollen ihn überwältigen. Und düstere Wolken über ihm bleiben. Und Verfinsterung am Tage mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das Dunkel, nehme sie hinweg. Sie soll sich nicht unter den Tagen des Jahres freuen, noch in die Zahl der Monde kommen. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar und kein Jauchzen darin. Es sollen sie verfluchen, die einen Tag verfluchen können. Und die da kundig sind, den Leviathan zu wecken. Ihre Sterne sollen finster sein in ihrer Dämmerung. Die Nacht hoffe aufs Licht, doch es komme nicht. Und sie sehe nicht die Wimpern der Morgenröte, weil sie nicht verschlossen hat den Leib meiner Mutter und nicht verborgen hat das Unglück vor meinen Augen. Nichts ist mehr geblieben von der alten Getrostheit, die ja mitten im Schmerz doch noch da gewesen war. Kapitel 3 beginnt mit diesem Wort Danach. Es ist Zeit vergangen. Am Anfang, am Anfang, in den ersten Stunden und Tagen, als das Leid über ihn hereinbrach, da wusste Hiob sich instinktiv getragen von Gott. Da traf ihn der Schock, aber der Schock hat ihn umso fester in Gottes Arme getrieben. Offensichtlich. Aber jetzt kommt er allmählich zum Nachdenken. Jetzt kommt er erst ins Grübeln. So wie jemand, der im Moment, wo er einen geliebten Menschen verliert, das noch erträgt und stark ist und dann vergeht die Zeit. Und es wird immer schwerer und immer schwerer. Danach. Campbell Morgan, der erfahrene englische Prediger, ältere Kollege von Martin Lloyd-Jones, er hat über diese Situation geschrieben, Zitat, Jetzt begannen für Hiob die dunkelsten Tage. Im Hereinbrechen der Katastrophen selbst steckt immer auch etwas Stimulierendes. Es ist gerade der Schock, der eine Kraft erzeugt, die den Menschen zum zwischenzeitlichen Sieg verhilft. Erst in der brütenden Stille, die nachher den Geist umhüllt, beginnt der wirkliche Kampf. Der Erzvater ist nun in diese Stille und in den damit verbundenen Kampf eingetreten. Zitat Campbell Morgan. Und da scheint es dem Hiob plötzlich den Boden unter den Füßen wegzureißen. Hiob verflucht seinen Tag, wie wir hier lesen, in Vers 1. Er wünscht sich sehnlich, so könnte man das umschreiben, sein Geburtstag könnte aus dem Kalender getilgt und nachträglich rückgängig gemacht werden. Möge er niemals stattgefunden haben. Ein ganz wichtiger Unterschied, den wir hier beobachten müssen. Hiob verflucht nicht Gott. Das hatte ja der Teufel angekündigt. In Kapitel 1, Vers 11, da hat er zu Gott gesagt, lass ihn angetastet werden und was gilt? Er wird dir ins Angesicht absagen. Also er wird dich selbst verfluchen. Nein, das macht Hiob nicht. Diesen Triumph gönnt Gott dem Satan nicht. Davor bleibt Hiob bewahrt. Aber er gebe alles dafür, selbst niemals geboren worden zu sein und das Licht der Welt niemals erblickt zu haben. Immerhin macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube. Es platzt aus ihm heraus. Das ist gut für uns, weil wir dadurch die Situation nachvollziehen können. Hiob sagt es selbst in Vers 24, 3, 24 Denn wenn ich essen soll, muss ich seufzen und mein Schreien, man kann übersetzen, mein Brüllen fährt heraus wie Wasser. Mein Brüllen fährt heraus wie Wasser. Ich kann es nicht mehr an mich halten. Und auch das Wort für Seufzen im ersten Teil des Verses, wenn ich essen soll, muss ich seufzen, ist eigentlich viel zu schwach, viel zu vornehm übersetzt. Da steht ein Wort, das beschreibt das Aufschreien der israelischen Sklaven unter der Ausbeutung Ägyptens. Das ist hier gemeint. Er hält es nicht mehr aus. Es dringt aus ihm heraus. Und nun gibt es in der Literatur auch bei den Kommentaren zu Hiob viele Versuche, diesen Umschwung psychologisch zu erklären. Und bestimmt hat diese Situation auch eine psychologische Komponente. Weil Hiob eben ein Mensch ist aus Fleisch und Blut, aus Leib und Seele. Aber damit ist der Kern dieser Situation noch nicht erfasst. Die eigentliche Not, der Nervus rerum, wie wir sagen würden, der Nerv der Dinge. Worin besteht der entscheidende Unterschied zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3? Er liegt darin, dass Hiob von seiner Seite aus, dass Hiob in seiner Wahrnehmung den persönlichen Kontakt zu Gott verloren hat. Das ist der Unterschied zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3. Nicht Gott hat ihn aufgegeben, aber Hiob hat aus seiner Position heraus den Kontakt verloren. Er kann Gott nicht mehr erkennen in dieser Not. Es geht Hiob wie dem kleinen Jungen, der mit seinem Vater im Fußballstadion war, fest an seiner Hand, sicher geborgen und gebunden und geführt. Und dann entsteht eine Unruhe dort und es kommt zu einem Tumult. Und Vater und Sohn werden plötzlich getrennt von den Leuten, die von hinten dazwischen kommen. Und sie verlieren diese Handberührung und werden plötzlich getrennt. Und plötzlich ist der Sohn allein. Und der Vater ist nicht da. Und er schreit und ruft und er kann ihn nicht mehr erkennen und nicht mehr finden. So fühlt sich Hiob. Es ist, als hätte er seinen besten Freund verloren. Benedikt Peters beschreibt es sehr treffend. Er sagt, Hiobs Glaube war eingebrochen. Hiobs Glaube war eingebrochen. Er war nicht völlig verloren gegangen, aber er war eingebrochen. Und dadurch kann Hiob jetzt gerade das nicht mehr sehen, was er in dieser Notlage am dringendsten sehen müsste. Er kann nicht mehr Gottes Verheißungen sehen. Er kann nicht mehr Gottes Charakter sehen, dass sein Leben einem starken, allmächtigen, immer liebevollen Gott gehört. Er kann auch nicht mehr Gottes unzerstörbares Ziel mit seinem Leben sehen. All das sieht er nicht mehr. Und darum haben wir diese Überschrift gewählt für diesen Text. Der verstellte Blick. Der Blick ist ihm verstellt. Das ist die Situation. Der Blick auf das, was er jetzt am dringendsten sehen müsste. Und zwar sehen in einem inneren Sinne. Nicht mit seinen Augen, dass er eine Figur erkennt. Aber eine Wahrheit, die er sehen müsste. Und der Blick darauf, auf die Wirklichkeit Gottes, auf seinen Charakter, auf seine Heiligkeit, der ist ihm verstellt. Der verstellte Blick. Und zwar zugestellt durch böse Dinge. Durch böse Dinge, die er in Überlebensgröße sieht. Und das soll auch das Thumbnail deutlich machen, das diesmal wieder auf dem Video zu sehen ist. Sie können sich das später nochmal angucken. Diejenigen, die über YouTube mit uns verbunden sind, haben es schon gesehen. Diese dichte, beschlagene Scheibe, durch die man nicht durchgucken kann, auf der sich nur dicke Regentropfen befinden. Das ist so, wenn Sie im Winter in Ihr Auto steigen, das nicht in der Garage stand. Und bevor das Gebläse seinen Dienst getan hat. Es ist alles dicht. Es ist alles dicht. Sie können nicht durchschauen. Der Blick ist verstellt. Und genau darauf zielt der Teufel. Darauf zielt der Teufel, unser Vertrauen in Gott zu beschädigen. Unseren Blick auf seine Verheißung zu verstellen. Und uns dadurch in eine innere Auflehnung zu treiben, die uns subjektiv noch gerechtfertigt erscheint, weil es uns ja wirklich schlecht geht. Verstehen Sie, das ist die Methode. Uns den Blick verstellen, die Verheißung verdunkeln, Gottes Charakter verdunkeln und uns so in diese innere Auflehnung reintreiben. Und dabei fühlen wir uns noch völlig im Recht. Und deshalb hat Hebräer 10, Vers 35 gewarnt, werft euer Vertrauen nicht weg. Werft es nicht weg. Nun, das ist leicht gesagt. Was dem Teufel immerhin nicht gelingt, ist Hiobs Glauben völlig auszulöschen. Auch in diesem dritten Kapitel kommt ja Gott immer wieder vor. Er ist ja da in Vers 4. Jener Tag soll finster sein. Gott droben, frage nicht danach. Er ist da in Vers 20. Warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen? Er ist da in Vers 23. Aber er ist, wie ist er da? Nur noch als ferne Macht. Ja, Hiob weiß, dass es Gott gibt. Nur noch als der Schöpfer. Ja, von dem das Schicksal der Welt und des Lebens abhängt. Aber er ist nicht mehr da für Hiob als Hiobs persönlicher Herr und Beschützer. Obwohl das nur von Hiobseite so gesehen wird. Er ist nicht mehr da als der Fels und die Zuflucht, zu dem Hiob sich noch in Kapitel 1 und 2 geflüchtet hat. Der Blick auf seinen Gott ist verstellt, zugestellt. Und das wäre jetzt der beste Dienst der Freunde gewesen. Nachdem sie ein Stück weit dieses Leid mit ausgehalten haben, mitgetragen haben, sofern man das von außen kann. Jetzt wäre es darauf angekommen, ihm den Blick auf Gott freizumachen. Wir werden dann ab Kapitel 4 sehen, dass das nicht gelingt. Aber für uns ist es berührend, dass Gottes Wort uns den Hiob in dieser ungeschützten und angefochtenen Situation gewissermaßen zugänglich macht. Dass wir das so sehen dürfen. Damit wir in unseren eigenen Nöten nicht untergehen. Und damit wir diesen Täuschungsversuch des Teufels, mit dem Hiob zunächst in diesen Strudel hineingezogen wird, damit wir den vielleicht etwas früher erkennen als Hiob. Bei Hiob ist es ja am Ende auch gut ausgegangen, weil es ist ein weiter Weg. Und so zeigt Gott uns jetzt in diesen Versen, was geschehen kann. Was geschehen kann, und zwar mit unserem Denken und mit unserem Gefühl. Wenn es dem Teufel gelingt, unseren Blick auf Gott zu verstellen. Das können wir hier studieren. Was geschehen kann. Und das Erste, was geschehen kann, ist, dann wird unser Leben wertlos. Wohlgemerkt in unseren Augen. Nicht in Gottes, aber in unseren. Dann wird unser Leben wertlos. Hiob sagt, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Am besten streichst du meinen Geburtstag aus dem Kalender und machst ihn rückgängig. Und wissen Sie, Hiob ist nicht der einzige Gottesmann geblieben, der so redete. Der Prophet Jeremia hat es circa 1400 Jahre später ganz ähnlich erfahren. Jeremia 20. Ich lese nur mal wenige Auszüge. Vers 14. Verflucht sei der Tag, sagt Jeremia. Genauso, er verflucht den Tag. Er verflucht nicht Gott. Er verflucht den Tag. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem ich meine Mutter geboren hat. Vers 18. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe? Das ist fast Originalton Hiob. Was wir ebenso bei Jeremia finden. Und bei Hiob beschreibt nun diese dichterische Sprache in aufwühlenden Bildern, wohin Hiob von seinen Gefühlen getrieben wird. Vers 3 fasst es zusammen. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, die Nacht, die sprach, ein Knäblein ist empfangen. So steht es da wörtlich. Die Nacht, die sprach, ein Knäblein ist empfangen. Es geht also um den Tag der Geburt und um die Nacht der Empfängnis. Eine Nebenbemerkung, die auch in diesem Vers deutlich wird, was Hiob sagt, was Gott dadurch sagt, über den Moment der Empfängnis. Ein Knäblein ist empfangen. Das Wort, das dort steht für Knäblein, ist ein Wort, das einen starken Charakter beschreibt. Ein Knäblein ist empfangen. Geber steht dort im Hebräischen. Und das heißt, aus Gottes Sicht wird eben nicht ein anonymisch-genetisches Produkt empfangen, das dann eine Zeit lang zur Disposition gestellt werden könnte oder verbraucht werden dürfte für Forschungszwecke, sondern ein Geber ist empfangen. Ein Knäble, ein kräftiger junger Mann, eine Persönlichkeit, die heranreift. Ein ganz wichtiger Vers auch in unserer Debatte um die Abtreibung. Und genau diese Sicht, die wir hier bei Hiob finden, ich will das nur noch mal in Erinnerung bringen, haben zwei große Juristen unserer Bundesrepublik als die genuine Position unseres Grundgesetzes beschrieben. Das dürfen wir nie vergessen. Der erste, den ich hier zitieren möchte, ist Günther Dürich, der den ersten großen Kommentar zum Grundgesetz zu Artikel 1 geschrieben hat. Und Dürich sagt, Zitat, im Augenblick der Zeugung entsteht der neue Wesens- und Persönlichkeitskern, der sich hinfort nicht mehr ändert. In ihm ist alles Wesentliche und Wesenhafte dieses Menschen beschlossen. Er treibt zur Entfaltung dessen, was keimhaft in ihm liegt und bewirkt, dass der Mensch, mag erwachsen oder vergehen, stets er selber bleibt. Ein Knabe ist empfangen, eine Persönlichkeit. Vom ersten Moment an. Und Professor Böckenförde hat es dann so formuliert unter Berufung auf Dürich, der Naskiturus, also der Embryo im Mutterleib. Naskiturus ist ein wunderbares Wort dafür, weil es bedeutet, der geboren werden wird. Er wird geboren werden. Der Naskiturus ist deshalb, sagt Professor Böckenförde, Kraft seiner Menschenwürde, Inhaber des Grundrechts auf Leben im Sinne des Artikels 2, Absatz 2. Und deshalb ist jede Abtreibung die Tötung eines Menschen. Und hier bei Hiob finden wir schon die Aussage, im Moment der Empfängnis ist das kein Zellhaufen, sondern ein Knabe beziehungsweise ein Mädchen. Aber Hiob will dieses kostbare Leben nicht mehr. Und dann türmt er eine ganze Kaskade von irrigen Wünschen übereinander, die alle nur dieses eine Ziel verfolgen, dass es ihn nicht geben möge. Ein Wunsch nach dem anderen, eine ganz spezielle hebräische Form steht da, die nennt man Yusuf. Das ist eine Wunschform. Und erst mal wünscht er, es hätte den Tag seiner Geburt nicht gegeben. Das sind die Verse 4 und 5. Jener Tag soll finster sein und Gott, drum frage nicht nach ihm. Kein Glanz soll über ihm scheinen. Finsternis und Dunkel sollen ihn überwältigen. Düstere Wolken über ihm bleiben und Verfinsterung am Tage macht ihn schrecklich. So als könne man den Tag dadurch ungültig machen, dass er einfach verfinstert würde. Und dann wird die Nacht der Empfängnis beschrieben in den Versen 6 bis 9. Jene Nacht, Vers 6, das Dunkel nehme sie hinweg. Sie soll nicht unter den Tagen des Jahres sich freuen. noch in die Zahl der Monde kommen. Das heißt, sie soll einfach aus der Zeitrechnung entfernt werden. Da fehlt dann einfach dieser Tag, an dem Hiob geboren wurde. Als könnte man es dadurch zurücknehmen, dass er lebt. Und Vers 7 geht es weiter, dieser Gedanke. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar und kein Jauchzen darin. Der natürliche Jubel über neu geschenktes Leben, der auch einem Heiden in der Regel das Herz erwärmt. Er ist unangebracht, sagt Hiob, auf mich bezogen. Er soll schweigen. Kein Jubel, keine Geburtsfreude, keine Begeisterung darüber, dass dein Kind im Kommen ist. Und wir sehen, wie Hiob hier gegen seine Geschöpflichkeit streitet. Und dann spitzt er das noch weiter zu in Vers 8. Es sollen sie verfluchen, die einen Tag verfluchen können. Professionelle Verflucher mögen auftreten, sagt er, die das am besten können. So wie die Klageweiber bei den Beerdigungen am besten klagen können, weil das ihr Job ist, gewissermaßen. Er sagt, die sollen kommen. Ich kann nicht so gut fluchen. Ich bin nicht so erfahren. Nachhin wird Hiob gesagt haben. Es sollen die kommen, die die wirkungsvollsten Flüche zustande bringen. Das ist hier gemeint. Und die Wirkung ihrer Flüche wird erreichen, dass sie dann sogar den Leviathan aufwecken. Also der Leviathan galt als ein zerstörerisches, supermächtiges Sehungeheuer. Auch eine starke Ähnlichkeit zu den Dinosauriern. Ich komme vielleicht an anderer Stelle nochmal hin. Der Leviathan als die personifizierte Macht, die Gottesordnung zu Chaos zerstören kann. Und darauf hofft Hiob, die Zerstörung der göttlichen Ordnung. In diesem Falle nur bezogen auf seine Position, auf seine Person, die Aufhebung der kalendarischen Ordnung. Also Hiob benutzt diese Figur, die in der kanar-anäischen Mythologie auch eine Rolle spielte, dass sie den Mond und die Sonne verdunkeln könne. Hiob benutzt diese Figur, um deutlich zu machen, Leute, es ist alles willkommen, was meinem geschöpflichen Dasein ein Ende macht. Was mich als Person auslöscht. Was mich durchstreicht. Das ist schrecklich. Und dann sagt er in Vers 9, es soll nie mehr ans Licht treten, diese Nacht. Was in dieser Nacht geschehen ist. Diese Nacht soll niemals aufhören. Diese Nacht soll niemals preisgeben, was in ihr geschehen ist. Diese Nacht soll nie mehr durch die Morgendämmerung zum Tag hindurchdringen. Ihre Sterne sollen finster sein in ihrer Dämmerung. Die Nacht hoffe aufs Licht, doch es kommen nicht und sie sehen nicht die Wimpern der Morgenröte. Was für eine Formulierung. Die Wimpern der Morgenröte, ein Bild für den Sonnenaufgang. Können Sie nächstes Mal Ihrer Frau sagen, siehst du dort die Wimpern der Morgenröte und deine Wimpern. Aber das ist dichterische Sprache, mit der er deutlich macht, es möge finster bleiben, es möge über allem finster bleiben. Es möge nicht ans Tageslicht treten. Und dann Vers 10, warum, warum, warum? Weil sie, diese Nacht soll gewissermaßen vergehen, weil sie nicht verschlossen hat den Leib meiner Mutter und nicht verborgen das Unglück vor meinen Augen. Also hier fasst es Hiob nochmal zusammen und er sagt, diese Nacht soll einfach rückgängig gemacht werden. Ganz praktisch, so wie eine mächtige Politikerin eine Wahl einfach rückgängig machen wollte. Verstehen Sie, ungeschehen, einfach ausgelöscht, wirkungslos und das hat sie auch geschafft, weil sie genügend willfährige Handlanger dafür gefunden hat. Aber so meint Hiob das, sie soll rückgängig gemacht werden, ausgelöscht werden. Wir machen das dann mal so und tja, warum? Er sagt auch warum. Was ist die Schuld dieser Nacht? Seine Geburt wurde nicht verhindert, der Mutterleib wurde nicht verschlossen. Gott hätte ja verhindern können, dass es zur Zeugung kommt oder Gott hätte verhindern können, dass er als ein gesundes Baby auf die Welt kommt. Und hier sehen Sie, wie weit sich Hiob in seiner verzweifelten Auflehnung von Gott entfernt hat. Dieser Hiob von Kapitel 1 und von Kapitel 2. Und wir müssen verstehen, wonach bemisst er jetzt den Wert seines Lebens? Er bemisst den Wert seines Lebens nicht mehr danach, dass Gott ihn geschaffen hat. Er bemisst den Wert seines Lebens nicht mehr danach, dass er das Ebenbild Gottes trägt, die Imago Dei. Er bemisst den Wert seines Lebens nicht mehr danach, dass der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde seinen Namen kennt, sondern er bemisst den Wert seines Lebens nur nach seinem eigenen Befinden, nach seinen inneren Gefühlen und nach seinen äußeren Umständen. Der verstellte Blick macht unser Leben wertlos. Ich frage dich, wonach bemisst du den Wert deines Lebens? Wonach? Der einzige Lichtblick auch jetzt noch zieht Hiob Selbsttötung nicht in Betracht. Das ist ganz wichtig. Dazu ist ihm Gottes Besitzrecht auf sein Leben zu bewusst, dass er nicht antasten darf. Das ist für ihn keine Option, Suizid. Und trotzdem nähert sich Hiobs Menschenbild immer mehr dem an, was dann später die griechische Mythologie in ihrem Pessimismus proklamiert hat. Was man so zusammenfassen kann, das allerbeste ist es für den Menschen nie geboren worden zu sein und das zweitbeste gleich nach der Geburt zu sterben. Das ist der griechisch mythologische Pessimismus. Und genau so sagt es Hiob hier. Schauen Sie, wie geht es weiter, Vers 11. Warum bin ich denn nicht, man könnte sagen, wenigstens gestorben bei meiner Geburt? Warum mich nicht gleich in den Mülleimer geworfen? Warum hat man mich auf den Schoß genommen? Warum bin ich an den Brüsten gesäugt? Und überlegen Sie mal, was hier geschieht. Hiob sagt, wenn ich meine Existenz schon nicht nachträglich rückgängig machen kann, Vers 10. Warum bin ich dann nicht wenigstens bei der Geburt gestorben? Und damit erklärt Hiob alles Gute, was ihm von Kindheit an widerfahren ist, für schlecht. Und er tritt Gottes Schöpfergnade so brutal mit Füßen in dieser Situation. Und das stößt uns auf eine zweite Konsequenz. Eine Konsequenz, die selbst den Frommen ereilen kann, wenn sein Blick auf Gott verstellt ist. Erstens, dann wird das Leben wertlos und zweitens, dann wird unsere Lagebeurteilung bodenlos. Dann wird unsere Lagebeurteilung bodenlos. Und im Vers 12 fragt er dann, in einer Übersetzung heißt warum kamen mir Knie entgegen. Damit können auch die Knie des Vaters gemeint sein. Sie müssen wissen, in alter Zeit wurde das kleine Kind, wo schon kurz nach der Geburt dem Vater auf den Schoß gegeben. Und der Vater erteilte dem Kind dann den Segen. Und er dokumentierte mit diesem Segen, dass er dieses Kind annimmt als sein Kind, dass dieses Kind an sich zieht, um ihm die Muttermilch zu geben. Und davon redet ja auch dann der zweite Teil des Verses Warum bin ich an den Brüsten gesäugt worden? Also das Beste, was einem kleinen Kind passieren kann. Diese Geborgenheit der Familie, diese Urgeborgenheit, die der Schöpfer dem neuen Menschlein schenken will, wenn man es so sagen darf. Und das verwirft Hiob. Um gleich in den nächsten Versen zu verherrlichen, was den Menschen kaputt macht, nämlich den Tod. Sie sehen diese Perversion. Wenn unser Blick verstellt ist, dann wird die Lagebeurteilung bodenlos. Man könnte sagen, sie wird pervers. Es wird alles in sein Gegenteil verkehrt. Es wird total wirklichkeitsfremd und letztlich selbstzerstörerisch. Und was für eine wirre Vorstellung entwickelt Hiob hier plötzlich vom Tod. So als wäre der Tod die große Befreiung. Vers 13 Dann lebe ich da und wäre still. Dann schlief ich und hätte Ruhe. Benedikt Peters hat zu Recht über diesen Vers geschrieben. Das ist ein kurzsichtiges Urteil. Wer leidet, sehnt sich oft nach dem Tod, als sei er ein Erlöser. Nach dem Tod hätte er sicher Ruhe von der gegenwärtigen Pein. Aber hätte er auch Ruhe von größerer Pein. Und dann fügt Benedikt Peters hinzu, die Bibel spricht von ewiger Pein, die dann nach dem Tod den erwartet, der ohne Gott stirbt. Und er weist dann auf zwei Verse hin, aus dem Neuen Testament, zum einen auf Matthäus 25, wo es in Vers 46 heißt, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die gerechten in das wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Und in Offenbarung 14 Vers 11 lesen wir über die Menschen, die Gott abgelehnt haben, was nach dem Tod sein wird. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 14 Vers 11 Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Also Wie kurzsichtig ist das? Und dieser Vers 13 wo Hiob sagt, dann habe ich endlich Ruhe, der erinnerte mich an dieses verbreitete Kürzel RIP. Das Verstorbenen ja oft über Twitter oder Facebook so als letzter Gruß hinterher geschickt wird. Oft wenn ein Promi gestorben ist, RIP Rest in Peace. Aber die Bibel sagt uns, da ist nicht Peace zu erwarten. In Hebräer 9 Vers 27 steht, es ist dem Menschen bestimmt einmal zu sterben, danach aber der ewige Friede. Nein, danach aber das Gericht Gottes. Und Hiob ist sehr modern hier. Hiob beschwört in diesen Versen jene moderne Illusion, die uns auch bei unseren Zeitgenossen immer wieder begegnet und die uns hoffentlich erschreckt. Ab Vers 14, ich lese Ihnen das noch einmal. Mit den Königen läge ich da und Ratsherren auf Erden, die sich Grifte erbauten und mit den Fürsten, die Gold hatten und deren Häuser voll Silber waren. Wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat, hätte ich nie gelebt. Wie Kinder, die das Licht nie gesehen haben. Dort haben die Gottlosen aufgehört mit Toben. Dort ruhen, die viel Mühe gehabt haben. Da haben die Gefangenen allesamt Frieden und hören nicht die Stimme des Treibers. Da sind klein und groß gleich und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Hiob beschreibt den Tod als den großen Gleichmacher und er sieht sich dort seit an seit mit den einstmals gestressten Königen und Ratsherren liegen, die sich zu Lebzeiten alle abgeschuftet haben, große Bauten errichteten, wie er hier sagten, sich Gerüfte erbauten, das inzwischen auch verödet ist, also man kann das zeigt die Vergeblichkeit auch ihres Lebenswerks, was hat es gebracht, große Bauten, sie liegen hier, das Ganze verödet jetzt sowieso, aber jetzt im Totenreich werden wir alle gleich sein, jetzt im Totenreich werden endlich Ruhe und Frieden herrschen, diese Grüfte könnten übrigens auch Grabpaläste sein und dann wird es bedeuten, was haben die von ihren Mausoleen als Durchgangsstation, wenn sie im Ergebnis doch am selben Ort landen wie alle anderen auch, aber hier ist wenigstens Ruhe und in Vers 16 kehrt Hiob dann zurück zu seinem Todeswunsch, dass er am liebsten sofort am Anfang seines Lebens als Fehlgeburt gestorben wäre, das müssen Sie sich mal vorstellen, diesen Vers 16 wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat, hätte ich nie gelebt, wie Kinder, die das Licht nie gesehen haben, diese Formulierung kann man bei aller Vorsicht fast makaber nennen, das ist makaber, was Hiob hier schreibt, wenn man erahnt, wie viel menschliches Leid sich dahinter verbirgt, in einer Todgeburt, in einer Fehlgeburt und ich musste so denken, Hiob würde hier in diesen Versen manchem existenzialistischen Schreiber des 20. Jahrhunderts alle Ehre machen, also jenen Existenzialisten, die beschwören die Sinnlosigkeit des Lebens, in dieser zynischen Hoffnungslosigkeit und dagegen liest sich der Skandalschriftsteller Michel Hulbeck unserer Tage fast wie Erbauungsliteratur, wenn Hulbeck an einer Stelle sagt, Zitat, ich bin christlich in dem Sinne, dass ich dem Schrecken einer Welt ohne Gott Ausdruck verleihe. Ich bin christlich in dem Sinne, dass ich dem Schrecken einer Welt ohne Gott Ausdruck verleihe. Hulbeck sagt damit, die Welt ohne Gott denken zu müssen, ist nicht auszuhalten. Es ist nicht auszuhalten. Es ist ein Schrecken und darum suche ich nach dem Glauben. Und hier beschreibt sogar das Totenreich ohne Schrecken. Als er dort alle Verzweiflung und alle Feindschaft beendet. Dort haben die Gottlosen aufgehört mit Toben, dort Ruhen, die viel Mühe gehabt haben, da haben die Gefangenen allesamt Frieden und hören nicht die Stimme des Treibers, klein und groß gleich und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Ja, der Knecht mag frei geworden sein von seinem Herrn. Aber was hat er jetzt dagegen eingetauscht? Die Bibel charakterisiert den Tod nicht als Gleichmacher, sondern als Zweiteiler. Die Bibel entlarvt den Tod als den großen Zweiteiler. Der Jesus zum Beispiel hat es gesagt in Johannes 5 Vers 28 und 29 Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme, also Jesus Stimme hören werden und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Die große Zweiteilung. Und die Bibel macht ja insgesamt deutlich, alle haben Böses getan am Ende. Und keiner kann sich aufgrund seiner Taten auf den Himmel freuen und deswegen werden nur die jenigen dann Auferstehen zum ewigen Leben bei Gott in seiner Herrlichkeit die Vergebung ihrer Schuld bekommen haben durch Jesus Christus. Der Tod ist der große Zweiteil. Und übrigens macht die Bibel das auch schon in Lukas 16 deutlich. Mit diesem Text über Lazarus, der schon im Warteraum zur Ewigkeit gewissermaßen getrennt ist von denen, die gottlos gestorben sind. Also die Zweiteilung beginnt schon unmittelbar, nachdem wir diese Welt verlassen. Nun muss man sagen, Hiob kannte all diese Texte noch nicht. Aber er war ein Mann, der bewusst mit Gott lebte. Er war ein Mann, der Gott kannte. Wenn ich im Glauben an diesen Gott sterbe, im Frieden mit ihm, dann bin ich gerettet. Und wenn ich ohne diesen es ist wie weggewischt in diesem Moment. Und so ist es bedrückend, Vers für Vers mit anzusehen, wie der eigentlich gläubige Hiob in seiner gefühlten Gottesferne jegliches Urteilsvermögen dahinfahren lässt. Wie er das Gute verschmäht, die Brust der Mutter, die Liebe des Vaters und wie er die Gefahr verharmlost, die Brutalität des Todes. Seine Lagebeurteilung wird bodenlos, jegliche Orientierung verloren. Und schließlich stoßen wir in den letzten Versen noch auf eine dritte Konsequenz, die nach uns greift, wenn der Blick auf Gott verstellt ist, dann wird das Leben wertlos, das sind die Verse 1 bis 10, dann wird die Lagebeurteilung bodenlos, das sind die Verse 11 bis 19 und zum Schluss, dann wird die Perspektive aussichtslos. Welchen Sinn hat es überhaupt, dass du mich weiterleben lässt, sagt Hiob dann am Schluss noch einmal und ich lese Ihnen mal die Verse 20 bis 22 vor, wo das so deutlich wird. Warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen und das Leben den betrübten Herzen, die doch auf den Tod warten und er kommt nicht und nach ihm suchen mehr als nach Schätzen. Sie suchen nach dem Tod wie nach Schätzen. Da setzt sich diese illusionistische Beschreibung des Todes fort, die sich sehr freuten und fröhlich wären, wenn sie ein Grab bekämen. Was für eine Illusion. Aber warum erhält Gott den Menschen das Leben? Was nützt mir dein Licht, sagt er, wenn es doch nur mein Elend zum Vorschein bringt? Was soll dein Licht mein Elend bestrahlen? Das macht es nicht besser, sondern es macht es nur umso schlimmer. Und Vers 23, das ist der wichtigste Vers, diesem letzten Teil knüpft wieder an Vers 20. An Vers 20 heißt es, warum erhält Gott verborgen ist, dem Gott den Pfad ringsum verzäunt hat. Er sagt, ich bin wie ein Mann, dem seinen Weg verborgen ist, dem Gott den Pfad ringsum verzäunt hat. Er kommt nicht mehr raus. Ich gucke nur noch gegen die schwarze Wand. Ich gucke nur noch gegen die schwarze Wand. Mein Weg ist verborgen. Es gibt kein Fünkchen Perspektive für die Zukunft. Und das Einzige, was ich überhaupt noch mit Zukunft verbinden kann, sind Befürchtungen und schreckliche Vorahnungen. Vers 25 Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, hat mich getroffen. Und man möchte am liebsten ergänzen, was kommt als nächstes? Wer kann an Zukunft nur noch denken, in diesem Modus der Angst, des Schreckens, des immer schlimmer werdens, der bösesten Er sagt, ich bin wie einer, dem Gott den Pfad ringsum verzäunt hat. Egal in welche Richtung ich mich drehe, nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, es geht nicht mehr weiter, es ist zu, es ist eingesperrt, es wird immer enger und ich komme nicht mehr raus. Aber Hiobs Ausweglosigkeit und das macht es noch schlimmer, die führt nicht einfach nur zu Abstumpfung und Resignation und Gleichgültigkeit, sondern sie ist begleitet und geprägt von einer quälenden inneren Unruhe. Also es ist nicht einfach nur so, dass er total abstumpft und sagt, bringt sowieso alles nichts und jetzt setze ich mich eben in meinen Garten und gucke nur noch vor mich hin, sondern er kommt nicht mehr zur Ruhe und das wird in diesem letzten Vers dann so deutlich, den kann man auch im Präsens, also in der Gegenwart übersetzen, das gilt immer noch, ich habe keinen Frieden, ich habe keine Rast, ich habe keine Ruhe und schon kommt wieder ein Beben, Menge übersetzt und schon stellt sich wieder eine neue Qual ein. Ich habe keinen Frieden, man kann übersetzen, ich habe kein Aufatmen, keine Rast, keine Ruhe. Und wissen Sie, diese Unruhe, diese innere Unruhe ist fast das Schlimmste, weshalb Hiob sogar vom Tod noch erhofft, dass der ihm doch endlich Ruhe bringen möge, auch wenn das eine Täuschung ist. Deswegen kommt diese Ruhe immer wieder vor, das war schon in Vers 17 so, dort haben die Gottlosen aufgehört mit Turben, dort Ruhen, die viel Mühe haben, das ist die Sehnsucht. Und in Vers 13 steht das auch schon, dann läge ich da und wäre still, dann schlief ich und hätte Ruhe. Diese Sehnsucht, nach dieser Ruhe wenigstens mal ein paar Stunden durchatmen können. Eine kurze Zeit raus aus diesem Druck. Und das ist typisch für uns Menschen. Einige sensible Dichter haben diese Unruhe immer wieder in Worte zu fassen versucht. Diese Unruhe, die den Menschen niemals loslässt. Und ein ganz berühmtes Beispiel, denke ich, ist Friedrich Hölderlins Gedicht Hyperions Schicksalslied. Wir haben das damals in der Schule analysiert. Und da heißt es in der letzten Trophe, also Hyperions Schicksalslied Hölderlin, 1798 geschrieben, beschreibt er den Menschen, doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen, blindlings von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrlang ins Ungewisse hinab. Diese Unruhe und dieses Fallen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, das hätte Hiob unterschrieben. Hyperions Schicksalslied. Ich bin der Mann, dessen Weg verborgen ist, dem Gott den Pfad ringsum verzäunt hat. Nur wir wissen, dass Hiob nicht mit Kapitel 3 endet. Aber in diesem Augenblick kann Hiob sich das bestimmt noch nicht vorstellen, dass es für ihn anders ausgegangen wird, ausgehen könnte. Er wird dann, ich sage Ihnen das schon mal, damit Sie das aushalten, im letzten Kapitel bekennen, Kapitel 42 Vers 2, ich erkenne Gott, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Das wird er am Ende sagen. Sie können also ganz getrost weiterlesen. Das heißt, bei dir gibt es immer noch einen Ausweg, aber hier sieht er das noch nicht. Und vielleicht findet so mancher in diesem Kapitel, von Ihnen, die das hier direkt mithören, von denen, die das später hören werden, vielleicht findet so mancher seine eigenen Empfindungen hier beschrieben. Wahrscheinlich nicht so radikal, aber von der Tendenz her. Denn Leben kommt dir manchmal wertlos vor. Du sagst, was bringt es noch? Und deine Lagebeurteilung ist bodenlos geworden. Du hast völlig die Orientierung verloren, weil das Leid und diese Unruhe dich so gepackt hat, dass du nicht mehr weißt, was oben und was unten ist. Und deine Perspektive ist aussichtslos geworden. Und wenn du an die Zukunft denkst, empfindest du das nur noch als Bedrohung. Ich hab's ja geahnt und es kommt immer schlimmer. Wo ist hier ein Ausweg? Wir müssen am Ende zurück zu unserer Anfangsbeobachtung. Wodurch passierte der Umschwung von Kapitel 2 zu Kapitel 3? Wodurch geschah dieses Abkippen in die totale Hoffnungslosigkeit bis hin zur Todessehnsucht? Der verstellte Blick. Der verstellte Blick auf Gott, das war's, dass Hiob seinen Gott nicht mehr sehen konnte, wie er ihn vorher gesehen hatte. Dass er nicht mehr diesen persönlichen Draht hatte, dass er diesen Kontakt verlor, diesen Aufblick zu Gott verlor. Er wusste um Gottes Existenz, aber er konnte ihn nicht mehr als seinen Herrn und als seinen liebevollen Beschützer anrufen. Halten wir das bitte fest, damit es uns nicht passiert und damit wir merken, wenn wir in diese Tendenz reinrutschen. Der Teufel konnte Hiob nicht dazu bringen, immerhin Gott zu verfluchen. Er konnte Hiob nicht dazu bringen, Hand an sich selbst zu liegen durch Suizid. Aber es gelang ihm zumindest in diesem Kapitel Hiobs Blick völlig auf sich selbst und auf sein eigenes Leiden und auf seine eigenen Umstände zu fixieren und daran zu bannen. Das gelang dem Teufel, dass Hiob nur noch auf sich sah, nur noch auf sein Leiden, nur noch auf seine Klage, nur noch auf seine Umstände und da war er gebannt. Und Leute, solange wir das machen, haben wir verloren. Denn viele Umstände, die uns möglicherweise quälen, können wir nicht selbst ändern. Klar, wo wir im Kleinen etwas beitragen können, da wollen wir das gerne machen und da müssen wir auch mit anpacken. Aber gegenüber bestimmten Entwicklungen sind wir einfach zunächst mal machtlos. Wir haben immer noch das Gebet, das ist eine große Macht, das wissen wir. Aber im Hinblick auf das, was wir vor Augen sehen, sind wir zunächst einmal machtlos. Wir gehen damit schlafen und wir wachen damit auf. Und es ist immer noch das Gleiche. Aber das hat Gott uns versprochen. und das ist völlig unabhängig von den Umständen. Das hat Gott uns versprochen, dass er persönlich da ist und dass seine Leitung immer frei ist. Das haben wir schon im Kindergottesdienst, wenn wir im Kindergottesdienst waren, gelernt, Gottes Rufnummer ist 50 15. Psalm 50 Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Diese Leitung ist immer offen. Und darum kann David im Psalm 25 sagen, Psalm 25 Vers 15 Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist das Gegenstück zu Hiob. Verstehen Sie? Der Blick ist nicht verstellt. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Ja, es kann passieren, dass meine Füße ins Netz geraten. Aber er zieht mich da wieder raus. Und ich will auf ihn sehen. Psalm 25 15 in Psalm 16 Vers 8 sagt David das nochmal. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zu rechten, so werde ich festbleiben. Und darum freut sich mein Herz. Verstehen Sie? Lasst uns darum den Herrn bitten, dass er uns diesen Blick zu sich immer wieder frei hält. Und wenn wir in Gefahr stehen, unseren Blick zu senken, dass er uns wieder hoch reißt. Und das ist die Garantie fürs Überwinden. Das ist die Garantie für den Sieg. Und das ist so, als ob David 1000 Jahre nach Hiob ganz bewusst die Lehre aus Hiob 3 zieht. Als ob er ganz bewusst die Lehre aus Hiob 3 formulieren würde, ich will den Herrn nicht aus dem Blick verlieren. Und 1000 Jahre nach David hat Gott uns feststellen könnte, als er uns in Jesus sein Gesicht gezeigt hat. Und Jesus hat diese Kontaktgarantie noch einmal erneuert. In Matthäus 11 Vers 28 da sagt der Herr kommt her zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid. Man könnte auch sagen kommt her zu mir alle die euch so fühlt wie Hiob. Ich will euch und wissen sie was dann wörtlich kommt ich will euch das wird oft übersetzt mit Erquicken ich will euch Frieden geben ist alles richtig aber wissen sie was da wörtlich steht ich will euch Ruhe geben das steht da wörtlich Anapauso Hymas ich will euch Ruhe geben das wonach Hiob sich so gesehnt hat diese Ruhe mitten im Sturm und weißt du Jesus ist der einzige bei dem du sie findest der einzige weil er die Wurzel unserer Unruhe geheilt hat als er am Kreuz von Golgatha Frieden machte zwischen dir und Gott da hat er die Wurzel der tiefsten Unruhe geheilt da hat er das zerstört was uns zerstören will und von Gott weg ziehen da hat er all unsere Schuld und Gottes Ferne und Selbstbezogen und Kleinmütigkeit er hat alles was an Misstrauen und Wegschauen in unserem Leben da ist alle Schuld alles dafür bezahlt und hat den Weg frei gemacht dass du das alles auf ihn werfen kannst und davon frei werden darfst du wirst noch manche schlechten Gefühle behalten aber du wirst wissen dürfen es ist vergeben und er gibt dir Frieden und er gibt dir die Garantie dass er dich nie mehr loslässt kommt her zu mir alle die wie Hiob mühselig und beladen seid ich werde euch diese Ruhe geben nach der er sich so gesehnt hat und deshalb liegt die Fürstin zu Reuss richtig mit ihrem Lied über die quälende Unruhe der Menschen und die Fürstin hat manche Menschen kennengelernt aus den verschiedensten Gruppierungen der Gesellschaft und sie hat es beobachtet ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und wonach strecken sich alle Menschen aus und wovon erhoffen sie den Frieden ich habe die Menschen gesehen sie suchen spät und früh sie schaffen sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe und Leid und Verzweiflung und Unruhe sie suchen was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück und sie kommen belastet mit Sünde und unbefriedigt zurück es ist eine Ruhe vorhanden für das arme müde Herz sagt es für alle fern und nah in des Gottes Lammes Wunden am Kreuz von Golgatha da ist die Ruhe dass er Jesus das Lamm Gottes sich zum Opfer gemacht hat für uns um unsere Strafe zu tragen und um uns diesen Frieden zu schenken den uns keiner mehr nehmen darf damit ist noch nicht alles Leid weggewischt aber es ist garantiert dass Jesus dich durchbringt und dass Jesus dich dahin bringt wo es einmal kein Leid mehr geben wird sondern nur noch Freude in seiner Gegenwart und deshalb schließe ich mit zwei Kronzeugen die das beglaubigen dass der durchträgt und dass er standhält sodass wir in ihm Gewissheit haben der erste Kronzeuge kommt aus dem ersten Jahrhundert und der zweite aus dem zwanzigsten ich beginne mit Paulus im zweiten Korinther Kapitel 4 beschreibt er diese Notsituationen die er oft durchleben musste 2. Korinther 4 Vers 8 wir sind von allen Seiten bedrängt aber wir ängsten uns nicht uns ist bange aber wir verzagen nicht wir leiden Verfolgung aber wir werden nicht verlassen wir werden unterdrückt aber wir kommen nicht um wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird und dann sagt er am Schluss dieses Kapitels in Vers 17 denn unsere Trübsal die zeitlich und leicht ist schafft eine ewige und über alle maßen gewichtige Herrlichkeit uns die wir nicht sehen auf das sichtbare sondern auf das unsichtbare denn was sichtbar ist also all diese bedrohlichen Wölfe die da rum stehen das ist zeitlich was aber unsichtbar ist noch unsichtbar für uns unser Herr das ist ewig wir werden durchgetragen und der zweite Kronzeuge dafür dass Jesus durch hält und festhält und durchbringt der gehört zum 20. Jahrhundert er ist ein unbekannter Soldat namens Herbert Sack dieser Herbert war mittendrin im sogenannten Kessel von Stalingrad bei jener grauenvollen Schlacht im Januar 1943 dieser Soldat hat die ganze Angst miterlebt und das grauen aber er hat uns ein getrostes und helles Zeugnis hinterlassen bevor Gott ihn dann irgendwann in jenen Tagen heimgerufen hatte aber dieses Gedicht was er schreiben durfte was Gott selbst ihm ins Herz gelegt haben muss das ist erhalten geblieben und es darf für uns zum Trost und zur Gewissheitshilfe werden erscheinen meines Gottes Wege geschrieben in Stalingrad erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam rätselhaft und schwer und gehen Wünsche die ich hege still unter in der Sorgen Meer will trüb und schwer der Tag verrinnen der mir nur Schmerz und Qual gebracht dann darf ich mich auf eins besinnen dass Gott nie einen Fehler macht wenn mir zu hoch des herrn gedanken zu tief der brunnen seiner huld wenn alle stützen haltlos wanken die Kraft mir fehlt und die Geduld wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet ausweglos wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet in banger tränenreicher Nacht ein Glaubensfünkchen dennoch kündet dass Gott nie einen Fehler macht wenn über ungelösten Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt an Gottes Liebe will verzagen weil sich mein Unverstand erhebt dann darf ich all mein müdes sehnen in Gottes Hände legen sacht und leise sprechen unter Tränen dass Gott nie einen Fehler macht drum still mein Herz und lass vergehen was irdisch und vergänglich heißt im lichte droben wirst du sehen dass gut die Wege die er weist und müsstest du dein liebstes missen ja gingst durch kalte finstere Nacht halt fest an diesem seligen wissen dass Gott nie einen Fehler macht am Ende wird auch Hiob in dieses Lied einstimmen und dieser Gott ist unser Gott Amen allmächtiger Gott dafür loben und anbeten wir dich dass du die deinen durchträgst durch dieses stürmische und manchmal unverständliche und von uns als bedrohlich empfundene Leben aber danke dass du versprochen hast die deinen festzuhalten und dass du unsere Zuflucht bist danke dass du auch den Hiob durchgetragen hast aber lass uns doch aus dem was wir bei ihm sehen die richtigen Schlüsse ziehen bitte gib es dass wir nie den Blick zu dir verlieren bitte bewahre uns davor in diese abgeschnittene Situation zu kommen wir brauchen dich und wir rufen nach deiner Nähe und wir danken dir dass es wahr ist was du versprochen hast und wir wollen an dieser Stelle besonders bitten für die Menschen die sich zur Zeit wie in einer dunklen Gefangenschaft befinden die sich ähnlich fühlen wie Hiob sich gefühlt hat ach bitte komm du hinein mit deinem Licht in ihre Finsternis komm du hinein dass sie erkennen dass sie wissen du bist doch da wir brauchen dich und wir rufen dich an als den lebendigen und auch mit unserem zerbrechlichen Leben amen jetzt verabschieden wir uns von denen die via youtube dabei waren nächsten sonntag geht es so Gott will mit Hiob 4 weiter und wir wollen jetzt das Lied singen das sich in dieser vertrauten Weise Gott wirklich unter seine Fittiche stellt er ist bei uns wir können uns auf ihn verlassen auch wenn es Abend wird lasst uns das jetzt miteinander singen